Zettelwirtschaft, weg damit! Her mit digitalen Lösungen. Jeder Unternehmer, der Kundenkontakt hat, sei es ein Restaurant, sei es ein Café, sei es ein Einzelhandelsgeschäft, muss ja nach dem Emissionsschutzgesetz und den Landesvorschriften Kontaktnachverfolgung ermöglichen. Und das können wir jetzt nicht mehr, oder brauchen wir keine Zettel mehr, sondern können eine App nehmen. Es hat sich die Luca-App als der Goldstandard herausgearbeitet. Warum ist die Luca-App umsonst? Weil das Land Hessen die Lizenzgebühren übernommen hat und die Luca-App im Grunde genommen die Handlungen vor Ort, nämlich Geschäftskontakte, digital abbildet und erst im Falle einer Infektion kann dann das Gesundheitsamt an den Betreiber des Geschäfts, des Cafés herantreten und dann um Freigabe der Daten bitten. Das ist im Grunde genommen das, was im Gesetz steht. Das hat man vorher mit Zetteln gemacht, das kann man jetzt digital machen. Der Gewerbeverein wird hierzu auf dem zweiten Netzwerkabend mit Fachleuten, die sich hier präsentieren werden, dieses ganze Angebot der Luca-App vom Gesundheitsamt über die Motive des Landes bis hier zum Gewerbeverein euch hier vorstellen, damit wir ganz einfach in die Luca-App zur Revitalisierung des geschäftlichen Lebens in Rüsselsheim starten können. Netzwerkabend live aus dem Rind hier in Rüsselsheim. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.